Salty Shows Ab nach L.A. Eine Woche noch, dann kommt Dead Island 2 Ja? Oh Gott, wie er zu heute unten berührt Ich hätte nicht gedacht, dass ich rankomme Okay, bist du hinten? Ja, war ich Und ich habe professionelle Ball wieder nicht getroffen Mach nix, die auch nicht Das ist gut Das machen wir Konter hier Okay, der hat es versucht, sich hochzufliegen Ja, schön Kommt der? Bitte den Schade Ich komme in meinem letzten Moment noch dran Ach fuck Ja? Ja, guck guuuut Schönes Ding Ich bin erstmal hinten Ich finde diese Lüpfer, die ja auch an der Latte abprallen, die finde ich ja geil, die Lüpfer Ja Wunderschön Wunderschön Geben hier Schön Scheiße Hat einer nicht nur gekommen Ja Mit dieser Jaa Mit dieser Eigenverteilen hat er den trotzdem noch Mitteln Mitteln nicht mit der nicht mit der mitte noch nie ach fack hat den auch noch berührt da hinten ach verdammt das wird aber die haben nichts was gemacht das was er das normale trifft jetzt kommt man treffe noch das war gut warum fahr ich jetzt dann vorbei also hat man das stimmt kommt ja 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 da kommt es zu hoch aber für die kumpel wunderschön ich bin drei vorbeigefahrene ich sollte damit aufhören mit diesem versuch diesen turbo dinge zu machen da natürlich für dich, schade huch, da warst du ja auch noch mhm ah, der wird auch noch wunderbar, oha oh, hat er den noch boah, die haben echt gutes Timing hier das war zu früh boah, da kommt glaube ich so hoch, schade oder der könnte doch oha schade gut für die das ist kacke ach, schade ey, Disco, jetzt wird gefeiert guck, die feiern sogar unser Sieg heftig, ne viel gut loyal ja, gut, ja echt loyal fairplay und so ja, Mann ja, Mann oh so er hat es versucht ja, die waren im händischen gold da muss ich mal wo wir reinkommen wahrscheinlich erst wenn von Bronze oder Silber das fängt ja eigentlich glaube ich ganz von unserer Leistung ab ja, wie viel Siege und Niederlagen du hast in den zehn Spielen aber ich glaube höher als Silber kannst du glaube ich dann gar nicht eingerankt werden bin erstmal hinten ich glaube nicht, dass man direkt auf Gold eingerankt wird auch wenn man alles gewinnt und das liegt manchmal, glaube ich dann auch daran welches Rank du hattest äh welches Rank du hattest vor du halt gespielt hast also vor dir so das könnte ja aber da ich 2-2 noch kein Rank noch nie Rank hatte ne ich glaube ich auch nicht ja, ich hab sonst mal 3-3 gespielt gut oh oh oui oh 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 cool irgendwie das ist grad ein Krampfspiel hier ach den hamster irgendwie war ich da grad ein bisschen verkrampft wenn er so schnell kommt dann brauchst du halt gar nicht erst die Mühe machen hoch zu springen so schnell kommst du gar nicht hoch ab 100 kmh auf der Entfernung keine Chance schieße ich ihn genau ab ja 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 klar ist er noch schön boah aber dann hat er save body Keeper aber dann hat er save body Keeper so war ich aus Versehen die falsche Richtung gedrückt beim Doppelsprung guck mal tadaa für euch ja ja ich geh hinten ja 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 und rein damit er kommt nicht perfekt aber er kommt er geht auch dann vorbei wunderbar der ist nicht oh falsche Richtung cool ok und ich hieß daneben ja schade irgendwie jetzt nicht gerade mit Unfähigkeit ja ja gut da kommt ihm mit jetzt sogar so wie ich das gerne hätte ja gut dann wieder nach vorne hier ja fuck niemals natürlich niemals niemals alter ja ah ah das muss ich nicht appreciateen hier das war ein krasser Schuss drug ach für bräck betreiben ich bin irgendwie was ist das ja das ist ja schade dachte ich dass ich den duft ein bisschen anhalte wenn ich das mache aber wie bin ich dann weiter geflogen du darfst du hast du die luft ein jetzt ja dass ich dann halt kurz stehen bleiben die luft nur ein wächter mit ja noch vorne damit wir so einen ehrentreffer machen natürlich natürlich nicht ach schade das erste spiel wo kein tor gemacht haben das war die letzte chance das erste spiel wo kein einziges tor gemacht haben aber die waren einfach gut in der verteidigung und haben uns dann halt ausgekontert mit so komischen schüssen aufs tor